so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video diesmal nicht minecraft wie man es hier gerade sieht man sieht man wunderschönen desktop hintergrund diesmal ist after effects wieder dran und zwar eine sound animation ja sound animation habt ihr bei mir gesehen gibt es ja schon relativ oft bei mir und ein tutorial habe ich auch schon mal gemacht mit etwas komplexeren sachen aber das waren alles mittel die in after effects drin waren ich habe keine plugins benutzt außer vielleicht optical flares aber naja optik flares sehe ich jetzt nicht so gerade das plugin an oder als bedeutendes plugin nenn ich es mal so ja ich möchte diesmal für die erstellung der audio keyframes ein plugin verwenden und zwar trapcode sound keys 1. irgendwas weiß ich nicht das ist mir halt ermöglicht wesentlich besser und komfortabler aus einer sound datei allgemein aus audio files die keyframes zu extrahieren ja das ermöglicht es halt auf eine ganz simple art und weise ja wie das video nachher am ende aussehen wird ich habe mir eigentlich so als idee gesetzt was ich bei manchen musikvideos schon mal gesehen habe dass das bild bei besten immer so ein bisschen so verzieht ja so was in der art möchte ich machen ich habe jetzt kein musikvideos gedreht und ich möchte mir jetzt auch keines nehmen sondern ich mache das jetzt einfach mit einem text das werdet ihr aber gleich sehen ok zuerst fangen wir mit afd effects an wo ich das nicht gestartet habe weiß ich nicht und jetzt braucht es mal wieder 20 jahre zum laden beim nächsten mal schon vorher auf so da ist es so eine jetzt kommt natürlich dieser hessische dialog den manchmal direkt weg dann kommt er beim nächsten mal das erste was wir machen ist wir importieren unser ich habe jetzt einfach irgendwas aus der sammlung genommen hier ist jetzt unsere mp3 drin und ich möchte jetzt eine neue komposition erstellen was ich jetzt nicht machen werde ist hier über komposition neue komposition das ganze machen weiter müsste ich ja die länge wissen ich weiß jetzt nicht exakt wie lang dies lied ist ich habe jetzt immer so knapp sieben minuten als dauer so voreingestellt deswegen deswegen wir wissen ich weiß nicht wie lange das stück ist außer ich gucke jetzt irgendwie bei itunes oder bei anderen programmen bei eigenschaften wie lang das ganze ist sondern es gibt einen viel einfacheren trick jetzt habe ich doch eine erstellt na egal die löschen wir wieder sondern wir nehmen unsere unsere file und ziehen und auf dies keine komposition symbol so jetzt haben wir eine neue komposition hier die den namen der mp3 trägt und exakt solange es wieder stück ist das sind jetzt zwei minuten sechs sekunden und sieben frames so genau hätte ich ja gar keine komposition machen können oder keine neue weil es wird ja eigentlich immer nur in sekunden angegeben weil die vorms wüsste ich ja gar nicht aber das ist ja jetzt auch relativ egal je nachdem ja eigentlich je nachdem ob man das jetzt braucht oder nicht wenn das wieder halt länger ist eignet sich sowas natürlich nicht ok unser stück ist jetzt hier drin ton aktivieren damit der ton auch gleich beim rendern abgespielt wird ähm und wir sehen noch nichts wir haben ja auch noch nichts gemacht so das erste was ich jetzt machen werde ist eine neue farbfläche die hat die gleichen eigenschaften mit die komposition also zumindest die größe egal wie sie heißt sich denn jetzt einfach mal sound keys ok so jetzt haben wir die erstellt und wie der name der farbfläche schon vermuten lässt ähm wird hier drauf der effekt sound keys angewendet also wir gehen auf effekte und gucken mal trapcode sound keys so jetzt bildet sich hier so ein cooles fenster ähm und hier gibt es natürlich auch einige eigenschaften so eine eigenschaft die wir auf jeden fall angeben müssen ähm ist audio layer das braucht man glaube ich nicht zu erklären weil da kommt die musik rein oder zumindest der ton so jetzt sind die beiden schon gekoppelt aber man sieht schon dass sich hier was getan hat und zwar dass es diese ausschläge gibt und zwar sind das hier wie man vermutet weil die am höchsten ausschlagen ähm weil das lied sehr wassreich ist ähm das sind die bässe und dann geht es mitten zu den mittleren frequenzen und äh zu den höhen so und was man hier noch sieht ist dieser eine regler nenne ich das ding jetzt mal mal diesen grafen und dieses ding hier was sich wenn man hier anfasst bewegen lässt und gleichzeitig ändert sich dadurch auch hier ähm dieser graph und zwar wir haben hier drei range also wir haben dreimal diese range buttons äh diese bereiche und ähm dieser eine ist aktiv wenn ich den jetzt weg mache verschwindet auch beides und wenn ich den zweiten jetzt aktiviere haben wir schon zwei von diesen dingern so mit diesen beiden anfassen hier oder man kann das ganze natürlich auch wieder per position direkt ganz ganz genau bestimmen wählen wir die frequenzen aus und wie die ausschlagen sollen also wie hoch wie laut das ganze nachher sein soll wir können hier einen bereich festlegen von 0 bis 100 das lassen wir jetzt mal steinmäßig so stehen und wir ziehen jetzt da wie die besser haben wollen ich gehe mal hier so in den orangen Bereich gehe von mal gucken so da gucke ich jetzt mal also so ja nicht ganz nach unten da das eingestaltenmäßig immer so etwas höher ist wie man das hier sieht und man kann sehen desto höher desto leiser oder desto kleiner wird hier der graph der pegel ich mache das jetzt einfach mal so den ausreißer hier ignoriere ich und man sieht das schlägt schon mal ganz praktisch aus ganz schön zumindest so jetzt habe ich mir eben überlegt dass ich das ganze jetzt noch einmal mache also für range 2 und damit gucke ich mir die mitten etwas an die mittleren frequenzen oder ich könnte mir auch rein theoretisch den ganzen Rest angucken ähm da ich da wahrscheinlich nachher mal Optical Flares einfach da eins und da eins unten in die Ecke setzen werde damit das noch ein bisschen schöner aussieht und nicht so nur so ein Text da ein bisschen verwackelt wird ähm deswegen mache ich das ganze mal so den dritten brauchen wir eigentlich jetzt nicht so so damit diese Änderungen übernommen werden dann muss man hier auf dieses nicht sehr gut leserliche Apply drücken und man sieht diese beiden Outputs hier verändern sich das sind nämlich die Ausgangswerte die jetzt aus der Datei gelesen generiert werden ist ja immer noch nicht fertig jetzt aber fertig so man sieht wenn ich jetzt hier das ganze mal spielen lasse ne so ähm dass sich hier die Werte ändern so man sieht das je nachdem wie hoch der Ausschlag halt ist und das ist jetzt das eigentlich das ist jetzt fast das gleiche sogar wenn ich sage rechtsklick auf die Audio Datei und Keyframe Assistenten und Audio in Keyframes konvertieren das hatte ich ja früher einmal gemacht da ich noch nicht dieses Plugin hatte ähm und früher musste ich dann hier in der Sounddatei noch die Bässe hoch also hier mit dem Effekt äh Audio dann Bässe und Töne damit ich möglichst gut die Bässe extrahiert bekommen habe das ganze kann ich natürlich jetzt hier ähm jetzt muss ich wieder so umständlich gehen ähm habe ich natürlich hier ganz einfach jetzt mit dem Plugin Soundkeys äh da ich einfach wählen kann welche Frequenzen ich haben will wie hoch der Ausschlag sein soll welche ähm ähm wie das ganze angelegt werden soll eigentlich und ja also vereinfacht alles so mit äh Sonkeys sind wir durch und wir machen jetzt wieder eine neue Farbfläche und die nenne ich einfach mal Text so damit ist die überdeckt die können wir jetzt natürlich sogar unsichtbar machen und hier drauf schreibe ich meinen Text das heißt wir drücken hier auf das Textsymbol ähm so mal gucken oh hier Schriftart ähm das ist äh ja wie äh RBE Entertainment habe ich da jetzt hingeschrieben so und das Ganze kann man jetzt natürlich äh ich hasse diese Anpassung ein bisschen so wenn ihr Shift gedrückt haltet wird das Ganze äh werden die Proportionen beigebehalten also einfach Shift beim Ziehen drücken äh damit das Seitenverhältnis gleich bleibt so jetzt haben wir einfach hier unsere Schrift da müsst ihr natürlich jetzt eigentlich ein ganz simples Bild hin oder euer Video je nachdem was ihr machen wollt und darauf wende ich jetzt einen weiteren Effekt an dieser Effekt verändert jetzt eigentlich den Text und zwar ist das bei Video Co-Pilot ähm Twitch das Twitch Plugin dieses ähm verzerrt halt das Bild ähm für Musikvideos oder ähnliches je nachdem was ihr machen wollt äh gibt es noch ein Plugin mir fällt zwar jetzt der Name nicht ein aber man könnte zum Beispiel auch den Fokus ändern also wie der Fokus zur Kamera sein soll ob der jetzt auf den Hintergrund oder auf den Vordergrund gelegt ist sähe natürlich auch ganz lustig aus ähm mir fällt jetzt halt der Name nicht ein muss ich selber nochmal nachgucken ich hatte das auch mal aber naja egal so ähm ja es tut noch nichts ja egal was ich jetzt hier ändere das stehe ich aber jetzt wieder zurück auf 5 und das stehe ich jetzt wieder zurück auf 100 denn wie ihr schon gesehen habt gibt es hier diesen Punkt Enable und da enablen wir einfach mal Blur und Sight wie ihr jetzt schon seht ist wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen der beiden ändere oder hier allein den Wert es bewegt sich oder es verzieht dann können wir noch die Color ändern das kann man dann hier passend ändern von wo bis wo oder welche Farben benutzt werden sollen ähm aber wir können dann hier noch ein bisschen mit den Anstellungen rumspielen aber das lasse ich jetzt einfach so mach das also wieder zu und das ebenfalls also wenn wir diesen wenn wir den Wert ändern so die Anzahl dann können wir halt sehen dass das alles verschwimmt so mach ich jetzt nochmal äh das war jetzt nichts in der Sache aber zu Demonstrationszwecken ganz lustig ok so und diese beiden Sachen also einmal hier der Wert und unsere Keyframes müssen natürlich jetzt oder zumindest der Output von Soundkeys muss natürlich jetzt noch gekoppelt werden ähm das geht ganz einfach wir hatten jetzt unsere Alt-Taste gedrückt so und drücken hier auf die Kelle oh stopp oh schon tut sich hier unten was und zwar dieses Expression-Feld wird geöffnet das habe ich ja früher in dem anderen Tutorial auch gemacht ähm und das ganze geht jetzt eigentlich noch einfacher als jetzt noch äh eine Funktion lineal anzuwenden bla 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 braucht kein Mensch so wir gehen jetzt einfach ein Soundkeys Effekte Soundkeys ähm Wage One ist ja die ähm mit wo wir den Bass ausgewählt haben und diesen Output hier das ist ja eigentlich unser Wert der ermittelt wurde das heißt wir nehmen jetzt hier diesen kleinen Anfasser halt den gedrückt und wir können jetzt so eine coole Linie ziehen und diese Linie tun wir hier auf den Output drauf so die beiden sind jetzt gekoppelt und man sieht es bewegt sich ähm wen was jetzt zu stark ist der könnte natürlich hier einfach noch äh durch 2 zum Beispiel rechnen lassen oder wen was zu schwach ist mal 2 oder mal 100 oder einfach nochmal hier in Soundkeys nochmal die die beiden dieses Rechteck da ändern so und das bewegt sich jetzt passend zur Musik ja so ähm jetzt werde ich vielleicht noch ähm ja ich mach jetzt einfach noch da wir noch den anderen Wert eben bestimmt haben kann man einfach noch ähm den Optical Flares noch benutzen aber zuerst müssen wir natürlich jetzt hier noch Addieren einstellen damit die beiden Ebenen durchsichtig werden oder zumindest die obere durchsichtig wird ähm Photoshop da geht das ganze auch auch übrigens das ist die Schriftart Base 2 wie ihr hier sehen könnt die kommt der Battlefield Bad Company 2 Schriftart sehr sehr nah aber habe ich auch schon mal längere Zeit gesucht egal ähm okay dann nehmen wir einfach hier Effekte Video Co-Pilot und Optical Flares aus oder wir Jahre zum Laden und da ist es schon Optionen und wir passen den Flair jetzt einfach mal an Pro Presets sehen eigentlich immer ganz schön aus vor allem hier sowas ne 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 das das ist eine Sonne okay eine Sonne hm ähm Lichter ja jetzt bin ich wieder sehr oh ja das finde ich lustig aber mich stört hier dieser diese Linsen Effekte und die machen wir jetzt einfach mal aus so hier unten gibt es ja immer so eine kleine Preview halt und so hm ja was soll ich mich das ändern? passiert irgendwas? genial ähm das braucht natürlich wer Jahre zu umsuchen wenn ich den Kack gefunden habe bla ähm auf jeden Fall ist hier einer dann ist hier einer den lassen wir den lassen der kommt auch weg der kommt auch weg der bleibt bäms passt jetzt noch einer hm bla und schon ist alles weg so jetzt haben wir unseren unser Flair hier ist wieder so ein kleiner Anfasser den tue ich ja dann gucken wo sieht er denn halbwegs intelligent aus hm ach den knall ich jetzt hier so schön in die Ecke so habe ich den darunter platziert ähm und jetzt muss der ja auch wieder verändert werden so jetzt haben wir hier natürlich die ganzen Eigenschaften wir haben die Brightness und wir haben hier eine Scale Eigenschaft ich werde mich aber wahrscheinlich auf die Brightness einfach rufen und werde die jetzt im gleichen Prinzip anpassen ähm das heißt wir halten wieder die Alt-Taste gedrückt ähm dann kommt hier halt wieder dieses Expression Feld Sound Keys das habe ich gerade so schön zugemacht mache ich äh Wedge 1 zu mache Wedge 2 offen auf und ähm Gucken wir jetzt wo man hier wieder dieser kleine Anfasser da wo ich die Linie mitziehen kann über Output 2 anwählen so jetzt haben wir ein schönes Beispiel das ist zu stark äh zu schwach ist weil unser kleines Optical Flare Ding da so ganz unten mickrig rum äh leuchtet deswegen wenn wir jetzt hier mal 10 und mal gucken ah es wird auch schon sieht auch schon viel besser aus so was mich aber eben etwas gestört hat wie ich das gerade gesehen habe ist dass unser Text ähm ähm etwas zu doll ausschlägt deswegen gucken wir nochmal Twitch genau hier durch 2 machen wir durch 4 so das hier schon ja machen wir durch 3 wesentlich besser so und jetzt passt natürlich der hier der Flair nicht mehr ähm die Teast dann auf Deutsch machen wir nicht mal 10 machen wir mal 8 draus also einfach ein bisschen drum spielen passt so ähm hiermit sind wir durch das hieß wir machen alles zu ähm und das rendern wir jetzt einfach einfach Komposition an Renderliste anfügen und hier muss man auch was beachten denn die Audioausgabe ist steinmäßig deaktiviert das heißt die müssen wir erstmal an machen jetzt kann man hier natürlich noch einstellen ähm was man haben will welche Eigenschaften äh bitrate ähnliches und äh ich benutze Quicktime das ist dann .mov als Endung das passt eigentlich bei mir immer ganz gut so wir speichern das unter meinem Schreibtisch man sieht hier auch schon Quicktime.mov ist die Endung ähm und jetzt kann man einfach auf Rändern drücken ähm ich würde sagen ich verabschiede mich jetzt und ich werde das Video und das nur durch das gerenderte Video hinten anhängen und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Tschüss Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020